Hallo Kameran und herzlich willkommen zum heutigen Tag. Wie ihr wisst, heute ist der 24.12. Weihnachten. Abends wird es heilig, Abendgebung, wo haben wir eigentlich? Ich mache das Video etwas spät, sorry. Vielleicht werdet ihr das Video also nicht heute sehen. Aber nichtsdestotrotz, das Video ist einfach nur da, um euch zu sagen. Hey, frohe Weihnachten. Heute gibt es kein Video. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß heute. Es ist ein Tag der Familie, der Freude, der Geschenke. Also habt Spaß, streitet nicht. Genießt den Tag. Ich habe auch freie Tage. Weihnachten feiern nicht direkt. Ich bin ja erst dieses Jahr umgezogen. Und ja, sagen wir, der Restwahl für mich ist irgendwie ca. 800 Kilometer weit entfernt. Da ist das fröhliche Familienbeisammensein etwas schwierig. Aber es ist okay. Es ist das erste Mal im Jahr, das erste Mal in meinem Leben. Ich bin ja schon 32. Also das erste Mal in meinem Leben bin ich getrennt von meiner Familie an Weihnachten. Das ist verschmerzbar. Ich genieße die freie Zeit. Die Ruhe. Darum geht es auch kein Video. Ich hatte keine Lust, keine Zeit, keine Idee. Einfach normale Videos zu machen. Wäre das dumm gewesen, oder? Ich überlege mir was für nächstes Jahr tatsächlich. Vielleicht sogar mit Gewinnspielen. Ich weiß noch nicht. Aber ich kann nichts versichern. Habe Ideen. Es wird aber vielleicht im Geld scheitern. Denn ich bin nicht sehr reich. Und dieser Kanal wirft auch kein Geld ab. Ja. Ich werde aber vielleicht auch versuchen, nichts zu erinnern. Vielleicht auch am Bild des Videos. Kanal Bild. Ja. Das, was diesen Kanal bildlich repräsentiert. Also. Äh. Ich glaube, das ist nicht so wirklich passend zu dem, was man hier auf dem Kanal an Videos findet. Äh. Nichtsdestotrotz heute. Schaltet ab. Habt Spaß. Esst fleißig. Und. Genießt die nächsten Feiertage. Und. Bis bald. Am ersten Weihnachtsfeiertag sowieso wieder Videos. Wenn ich nichts verplan. Also. Alles Gute. Frohe Weihnachten. Und. Äh. Ciao. Ciao.